Oh, das viel hat's mir einmal gebracht. Das hat mir noch nie was gebracht. Oh, ich bin überlastet, Mist! Ah, dann leg ich den Hände weg. So, der bringt 60 und wie viel bringt denn das andere Kram, Zeugs? Wiegt genauso viel und bringt mehr. Also, ich lass den Harnisch da und mach den hier weg. Ob ich einfach mal, ob der vielleicht Gold oder so? Gold hat er natürlich nicht, wie sollte er? Das ist ja ein armer Mensch. In einem Ork in dem Sinne. Gilbert, wo bist du? Gilbert? War das jetzt Gilbert? Oh, das ist jetzt doch Reynald. Eh, ich hab's vergessen. Wir haben die falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Ich komm hier einfach irgendwie hoch, das ist recht sauber. Weil der immer durch die Wildnis auf einmal laufen muss, ey. Am Arsch. Da kann ich mal warten, ey. Da ist er doch. Jetzt kloppt er sich wieder mit irgendwas. Oh, jetzt rennt er von mir weg. Ach, toll, meine Fackel ist aus. Ach, toll, meine Fackel ist aus. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss jetzt mal gucken, was jetzt kommt. Weil wenn nicht, würde ich, ähm, jetzt dieses Vieh hier beschwören. Weil ich grad mal nicht, weil ich es grad einfach nicht geschafft habe, jetzt mal eine Stunde zu warten. Weil das jetzt war auch ein bisschen unpassend gewesen. Wegen ihm, wegen dem Sack da. Wegen unserem guten Gilbert. Wir haben alle, zwei, zwei, drei, 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 vier, 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 vier. Ich gucke jetzt einfach mal. Erstmal brauche ich jetzt meine Fackel. Genau, das brauch ich. Was war da denn los? Ein Windows Sound? Ach, es ist nur ein Wolf. Das ist ein Mistvieh. Unpassend wie sonst was. Das ist ja klasse. Komm und müssen tanzen. Ja, tanze mit mir. Los, tanze mit mir, mein guter Junge. Ja, tanz, tanz, komm, tanz mit mir. Hey, aber hier findet man voll viele Städte. Der macht mit mir das, was ich von Natur aus nicht machen würde. Also, ohnehin, ohne weiteres. Ander Fisch gehabt. Fischkopf. Fischkopf. Nicht etwa Fischkopf, sondern Fischkopf. Ja. Spüre diesen Beats, spüre den Rhythmus in deinen Hüften. Ich kann nicht glauben, dass ich mit meinem Bruder zusammengekommen bin. Tanze mit mir. Ich sag, der Tanze. Äh, wo ist er denn? Ach, scheiße, das hatte ich nicht kacke ausgemacht. Ach, vergess es. Oh, das hatte ich mir grad mal dafür. Äh, irgendwie. Ach, da ist gar nichts. Das musste ja so sein. Es musste ja so sein. Äh. Jetzt kommt mir ja so ganz viel. Jetzt kommt mir ja so ganz viel. Ein perfekter Grund zu speichern, wenn ich mal sag. Quick Saving. Speicher, 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 Speicher. Ah. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh, noch ein Oblivengate. Gehe ich mir nicht zu nah dran. Aber ich weiß, dass Jens ist schon mal sehr schön. Aus Big Bang nichts. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ja, ich hab's gefunden. Jetzt kommen die sowieso. Ah, ich renne einfach weg. Geht alle weg. Geht alle weg. Ich kann's schon langsam nicht mehr hören. Aber ist es so supergeil, dass ich einfach mitsing. Oh, fuck. Ja, mach ihn tot, Gilbert. Oh, scheiße. Komm her, du Ranz. Ha! Nein! Wie gut, dass ich gespeichert hab. Ich bin ja vollbildlich. Mein erster Tod im letzten Palai. Ach, geil. Jetzt kommt dieser Le Book, ey. Dass immer wieder die gleiche scheiß Musik kommt. Warte mal kurz an. Gut, weil gerade kam irgendwie nochmal diese Sterbensmusik. Die ist natürlich sehr schöner so, ne. Wie ich stürbe. Wie ich stürbe. So, jetzt muss man mal dem guten Gilbert hinterher. Gut, haben wir das toll gefunden. Und schnell wegrennen. Schnell wie der Wind. Weg mit uns, weg mit uns, weg mit uns, weg mit uns. Weg mit uns, weg mit uns, weg mit uns. Oh, wo sind wir denn hinz? Ah, das ist schon richtig so. Knack! Oh, warte mal. Vielleicht warte ich jetzt noch eine Stunde. Ja, aber dann ist ja weg, der Sack. Das ist ja eine andere Möglichkeit. Ich bin wirklich dumm. Es trägt mich richtig auf. Da brauche ich jetzt nicht so sagen, dass ich wirklich dumm bin. Aber... Das ist ja... Der ganze Zauber. Und heilt sich nicht. Vor allem die Magiker ist voll. Das ist alles dümmste dran. Und zwar diesen komischen Killfighter verloren. Aber ist ja auch egal. Ach komm her. Du hast mich gerade getötet. Das wird sie nicht so schnell einmal machen. Ach, ich kann mir selbst gewöhnen. Ach, Leben ausgelöscht. Ey, ich hoffe, es wird nicht so schnell wieder hell. Wo ist denn Gilbert? Sind wir noch mehr für den Lachsfücher? Ja, ich glaube ja. Alles okay, Gilbert? Ich würde dich eigentlich direkt mal heilen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Scheiße, es wird hell. Ich muss noch etwas auslöschen. Wie viele habe ich jetzt ausgelöscht? Ich glaube, neun oder so. Nein, es wird hell. Vielleicht bekomme ich eine neue Klinge. Wie spät ist es denn? Ach, da ist ja noch genug Zeit. Ich kann nicht glauben, dass ich mit meinem Bruder bin. Reunited. Reunited. Ich kann nicht glauben, dass ich mit meinem Bruder bin. Nein, es geht doch eigentlich. Also, ihr wisst ja vielleicht mittlerweile, wenn ich irgendwas Sinnloses einfach labere, einfach in einem anderen Spiel auf einmal erwähne, dann ist es höchstwahrscheinlich die Musik. Es ist ja nicht, ich habe mich gerade einen Ausfall. In dem, was andere an ihrem Körper Gehirn nennen. Oh Gott, ich dachte gerade, das ist ein Reh aus Stochenwolf. Gott, ein Glück. Scheiße, ey. Und jetzt, wo der zehnte Gegner kommen würde, ja? Lösche ich jetzt ein Leben aus mit dem Ding. Ist ja klasse. Kommt dieses Leben auf einmal an und davor, aber wird noch schnell die Klinge ausgetauscht und ich darf von vorne anfangen. Dankeschön! So, wir sind direkt gleich da. War hier was in den Pastum? Nein, natürlich nicht. Wieso denn auch? Ich hab's einfach nicht gesehen. Kann auch sein. Oh, was für ein Angegen. Mach eine. Mach eine. So. Lauf doch jetzt mal endlich, Menschenskind. Was geht er denn hin, eigentlich? Ja, er geht erst immerhin nach Koroll. Wir sind gleich da, liebe Kinder. Nächstes Mal reise ich an. Ich wusste jetzt nicht genau, was sie machen sollen. Aber ich wusste zwar mittendrin und so, aber... Egal. Lauf doch einfach! Jetzt kommt bestimmt wieder so ein unfassender, harter Beat. Ja, ist ja schon drin. Aber es kommt dieses langatmige gerade sehr gut. Sehr gut zu passen gerade. Aber es passt gerade so gut. So komisch als was es eben war. Das ist super Wetter in die gerade. Zu der Musik. Ah, ich hab eine rechte Rüstung an den Frosch. Okay, er hat auch keine Schee Rüstung an. Also, dürfte ich mich gar nicht wieder freuen. Warum ist er da langsamer? Naja. Ist das ja ein Volk? Nee, jetzt ist es ein Reh. Gibt's doch nicht. Oh ja, dieser Beat. Das steht unfassend gerade. Aber es passt zu unserem super Rennen gerade. Äh. Was rennt denn jetzt in der Rube? Oder rennt der woanders? Oder will er gerade einfach mal irgendwie mich ein bisschen trollen? Ach, die müssen hier durchrennen. Oh, die bestellen. Äh. Oh Gott. Ich glaube, das ist gerade Star Fox, was hier gerade läuft. Müsste sein. Naja. Ein sehr unterhaltsames, äh. Denk-You-Spiel. Warte mal, kommen wir jetzt hier? Rüber. Gass. Muss auch irgendwie leveln, ne? Ich muss auch irgendwie leveln, ne? Gass. Warte mal. Ich weiß nicht, dass ob ich Geld jetzt langsamer... Da haben wir hier irgendwo einen Gegner... Äh... Ach da! Ein kleiner Skampus! Dann geh mal weg... Klaa! Das war's schon, ja? Das ist ja interessant. Gut, Gilbert. Ich hoffe, du hast gewartet. Sonst werde ich dir jetzt den Kopf abschlagen. Darauf wird es letztendlich hinauslaufen. Oh, wie die Framerate gerade mal konstant nach unten gegangen ist. Wegen so'n super... Wegen so'n richtig krass komplizierten Oblivion-Tor, ne? Schon hart, ist ja klar. Jetzt gerade ist er aber schon wieder im Arsch. Das wird ja nicht deswegen so, weil diese scheiß Aufnahme der kleinen von Flaps immer so riesig werden. Nicht, dass es uns das gleiche Schicksal wie in Skyrim-Arral, ey. Das dann mal in der einfach so leckt und dann irgendwann ich die Aufnahme einfach ganz abbrechen muss. Ich kann noch nie gesehen, dass sich die Bäume so kurz bewegen. Ist ja krass. Oh, wie episch das mit dem Himmel ist gerade ist, ey. Süßere Musik Söber